Aragnas bekommt eine Anfrage und wir sehen gleich, hier oben steht noch Ja! Aragnas und wir nehmen, wir nehmen wir noch, wir nehmen wir noch, wir nehmen wir noch Scheiße, scheiße, ähm Okay, einer noch Äh, ich muss eine Frage stellen, am besten Was weiß ich denn aus dem Kopf, was ansonsten Ich muss mir irgendeine scheiß Frage überlegen, das ist so schwer Ich stelle eine Quizfrage Frage, wer sie zuerst beantwortet, darf mit, darf der Junior sein So, wer die zuerst, Banane verkauft Fame, hau mal ab Banane Warte, ich schreibe, die famed Banane Die famed Banane, die famed Banane, die famed Banane, die famed Banane Doppelklick auf ihn und Pfeil nach unten Yeah! So, Doppelklick, na mal gucken, ob er schon irgendwas Minus bekommt Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht Shit! Keiner macht es! Ihr seid so doof! Warum könnt ihr keinen Doppelklick ausführen? Das ist einfach nur mit der linken Maustaste hier Klick, 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 klick Ihr kriegt's nicht Oh, Nagi hat mein, danke Nagi Ich liebe dich Ähm, ja, jetzt kommt die Quizfrage Und zwar Ähm, verdammt, ich hätte mir mal was überlegen müssen Ähm Ähm, verdammt Verdammt Scheiße, ich bin so beschränkt Nein, nicht Kartoffelquacksuppe Ihr schreibt hier schon Sachen Ich überlege noch, ihr Spassen So, ähm, was stelle ich für eine Frage? Kacke, verdammte Kacke Wie heißt meine Katze? So, mal gucken, wer es weiß Wie heißt meine Katze? Ich bin gespannt Haha, ich weiß die Antwort Ich sag sie nicht, weil mir hört gerade jemand im TS zu Leider falsch Leider alles falsch Ich hab ne Katze Doch, ich hab eine Katze Oh, so hören mir meine Abonnenten zu Die wissen nicht mal, dass ich ne Katze hab Hm, 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 hm Ich weiß ja, ich bin ein zu hohes Level Serain Scheiße, dir kann ich sogar glauben Scheiße Verdammt Verdammt Serain Dir glaub ich wirklich Ähm, okay Dann was anderes Dreck Oh, dann muss ich mir eine andere Frage Das war doch so eine schöne Frage Wann hab Ich Nein, ich mach jetzt keine Fragen über mich Sondern Was kann man denn lustiges Nicht lustig Es muss eine allgemein Eine große Frage sein Wie heißt die letzte Form der Metroid Ist das doch scheißegal Es interessiert keinen Scheiße Serain Du schlauer Serain Yeah Du bist So Schlau Scheiße Verdammt Sehr, sehr gut Sag dir ich doch Herr kleiner Scheiß Angemer Ähm Ja, dann halt Was stellen wir für eine verfickte Scheiß Fucken Fuck Fuck Frage Wie Nein Warum Immer wenn ich spiele Okay Ich schlag jetzt hier einfach mal Die Berliner Zeitung auf Und was haben wir da drin Blablabla Hast du nicht gesehen Ähm Hm Hm Blablabla Sommermädchen Atompanne Autopanne Im Teil des Todes Unser Nachbar Die Sexbestie Aha Titten 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 Ich kann Frauen anrufen Das will ich gar nicht Ähm Welche Augenfarbe Hat meine Traumfrau So, ich bin gespannt Nein Level du Spaten Voll Horst Spast Echt ey Toll Wer hat die Zweite Wer hat als zweites Grün geschrieben Ich hoffe noch irgendjemand Niemand Niemand Nur er Verfickte Kacke Okay Nagi15 Hast du Glück gehabt Du stehst gerade ganz links Echt Nagi15 Alter Auch nicht Ja Naftroid Weiß ich gerade Ihr stellt mir alle Fragen Ich muss hier Fragen beantworten Das geht nicht Leute Ihr hört mir jetzt zu Und ich muss spielen Gleichzeitig Jetzt machen wir Brianil Braini Ist nicht eingeloggt Oder Ingame Name ist falsch Dann ist es mir egal Achso Braini1 Oh mein Gott I3 R-I-A-N 1 Spielfigur ist nicht eingeloggt Braini ich kann deinen Namen nicht schreiben Tut mir leid Okay Wer will Junior Sein Und ist Level 15 Jetzt einfach mal so Kommt bitte Jetzt bitte Jetzt bitte Alpi Alpi hast du Bock Ja willst du Soll ich dich Ja soll ich Hast du Bock Ja Alpi Alpi Okay nehmen wir Alpi 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 Jo Hörki ist zu hoch Also nehmen wir XX Alpi XX Zack Boom Du hast schon Äh Eine andere Spielfigur Alpi Dich hat schon jemand eingeladen Verdammt Alpi XX Alpi XX Ja Jetzt klappt's Okay wir haben ein Familiensystem Perfekt Ja Und jetzt die schöne Scheiße daran ist nämlich Hier Klicke ich jetzt auf Stammbaum Sehen wir Mich Ich bin der Leiter Ich bin der Führer Ich bin der König Und Dann haben wir hier Aragnas Aragnas Bitte bekomme ich Punkte dafür Und diese Punkte Ich kann die XP erhöhen für 15 Minuten Ich kann die XP erhöhen für 15 Minuten Ich kann für die ganze Familie Also sechs Leute unter mir Für 30 Minuten die XP verdoppeln Und immer so weiter Es ist der Wahnsinn Es ist der oberste Scheiß Es ist so genial Also Leute Jetzt werde ich mich verabschieden Okay Live zuzuhören Was ziemlich krank wäre Aber auch ziemlich cool Burningwave.homedns.org Doppelpunkt 8888 Wunderbar Ich würde mich freuen Ich sage ganz ganz lieb bye bye Ihr seid die Besten Ich finde es großartig Dass ihr mitgemacht habt Echt Alle die ihr das hört Ihr könnt es Es hat tierisch Spaß gemacht Ich war abgelenkt die ganze Zeit Aber es macht Spaß Bis zum nächsten Mal Euer Funk Royale Anton Spast Ober und Out